es ist mal wieder mockzeit freunde heute zeige ich euch die hms illustrius und zwei versionen der flower class corvetten und diese könnt ihr sogar mit der anleitung in meinem video nachbauen willkommen in der noppenklötzlenscheune mein name ist blogstar und ja liebe freunde der andreas fricke den ihr vielleicht schon kennt aus videos wie die sms nassau aus 100% kobis hier aus meinem kanal hat mal wieder abgeliefert er hat die hms illustrius vielleicht einen der berühmtesten britischen flugzeugträger in kobe gebaut beziehungsweise aus kobe im richtigen mahlstab zu den anderen kobe schiffen und er hat uns sogar zwei bauanleitungen gezaubert bzw mir bilder gegeben für die berühmte flower class corvette wir haben hier zwei verschiedene versionen einmal mit offenen deck und einmal mit geschlossenen und wie immer gibt es in diesem video detailbilder von diesen sets und es gibt halt eine bebilderte anleitung für die flower class und das schöne ist während ihr euch diese bauanleitung anguckt gibt es fakten darüber freunde deswegen springen wir jetzt gleich in die corvette hier und legen los leinen los ihr sucht eure steine zusammen und schaut mal ob ihr sie nachbauen könnt alles weitere seht ihr gleich auf der infocard bzw wünsche ich euch dann viel spaß bei den fakten während ihr die bebilderte bauanleitung seht freunde ahoi speed bild zeit ist fakten zeit und freunde diesmal zeige ich euch keine sets die ihr kaufen könnt aber ich zeige euch setzt ihr bauen könnt nämlich hier mit dieser bilder anleitung und ich werde euch diese anleitung auch noch in pdf form zur verfügung stellen dazu später aber mehr fangen wir an hier zuerst mit der offenen flower class später seht ihr dann die geschlossene flower class wir sprechen hier von der brücke aber freunde ich möchte euch ein paar fakten erzählen zur berühmten flower class ich bin wirklich verliebt diese kleinen schiffchen die ja irgendwie etwas mit wahlfang zu tun haben und maßgeblich den verlauf des zweiten weltkriegs bestimmt haben die flower class corvetten waren eine bemerkenswerte klasse von kriegsschiffen die im zweiten weltkrieg von den alliierten eingesetzt wurden neben großbritannien und kanada nutzten auch andere staaten wie die vereinigten staaten von amerika frankreich und norwegen diese schiffe in ihren marine flotten die flower class corvetten wurden erstmals in den 1930er jahren entwickelt und waren eine direkte reaktion auf die bedrohung durch deutsche u-boote im atlantik die alliierten erkannten die notwendigkeit kleine kostengünstige schiffe zu bauen die für die u-boot jagd geeignet waren die boote waren eine militärische entwicklung aus dem wahlfänger sauser pride und wurden nach zivilen standards erbaut was die einbindung einer vielzahl von werften ermöglichte 30 werften stellten corvetten der flower klasse fertig davon zwölf in kanada und eine in frankreich die ersten flower class corvetten wurden 1939 in dienst gestellt kurz vor dem ausbruch des zweiten weltkriegs sie waren benannt nach blumen und viele dieser schiffe erhielten namen wie zum beispiel die hms buttercup und die hms snowberry die flower class corvetten waren ungefähr 62 meter lang und verdrängten etwa 950 tonnen sie wurden von dampfmaschinen angetrieben und erreichten geschwindigkeiten von bis zu 16 knoten die hauptbewerfung der flower class corvetten bestand aus einem einzelnen 4 zoll deckgeschütz und zwei fünder schnellfeuerkanonen sie waren auch mit tiefen ladungen ausgestattet die von heckwerfern abgefeuert wurden um gute anzugreifen die berühmten wasserbomben die schiffe hatten in der regel eine besatzung von etwa 85 bis 90 seeleuten darunter offiziere und matrosen die flower class corvetten hatten während des zweiten weltkriegs erhebliche erfolge bei der u-boot jagd sie helfen dabei zahlreiche u-boote zu versenken oder zu vertreiben was entscheidend zur sicherheit der konvois im atlantik beitrug großbritannien und kanada waren die hauptnutzte der flower class corvetten aber auch andere staaten setzen diese schiffe ein die vereinigten staaten norwegen und andere alliierten nutzten sie um ihre kopf voice zu schützen und u-boot bedrohung zu bekämpfen zum beispiel die berühmten nordatlantik konvois richtung sowjetunion und da müsst ihr euch vorstellen in offenen brücken bei den temperaturen bei stetiger angst von u-boot den berühmten wolfsrudeln bedroht zu werden die flower class corvetten waren auch für den kustenschutz und natürlich für den geleitschutz von konvois von großer bedeutung sie arbeiten eng mit anderen schiffen wie zerstörer und fregatten zusammen um die u-boot angriffe abzuwehren nach dem zweiten weltkrieg wurden viele dieser schiffe außer dienst gestellt und abgewandt einige wurden jedoch in dienst von handelsflotten gestellt oder für andere zwecke umgebaut die flower class corvetten waren kleine aber äußerst effektive kriegsschiffe die eine entscheidende rolle im zweiten weltkrieg spielten die fähigkeit u-boote zu bekämpfen und konvois zu schützen war von sehr sehr großer bedeutung für den verlauf des krieges und den sieg der alliierten trotz ihrer geringen größe und bewaffnung zeigte sie enorme entschlossenheit und effizienz im kampf gegen die bedrohung aus der tiefe des meeres mit mehr als 270 produzierten einheiten sind diese schiffe ein bemerkenswertes beispiel für die ingenieurskunst und den mut der seeleute und der werftarbeiter die während des zweiten weltkriegs im einsatz waren ihre geschichte bleibt ein wichtiger teil des maritimen erbes und wird immer in erinnerung bleiben ja freunde ich hoffe mein kleiner von mir erstellter aufsatz hat euch ein bisschen licht ins dunkeln gebracht wenn es um das thema flower class geht ich bin verliebt in diese kleinen schiffe ich habe es euch gerade schon im text gesagt diese vorstellung einen konvoi zu beschützen in der kälte mit offener brücke bei stetiger gefahr von angriffen das ist schon faszinierend eine faszinierende geschichte im zweiten weltkrieg es gibt verschiedene varianten und umbauten denn bei mehr als 30 werften die an diesen schiffen gearbeitet haben gab es immer ja abweichungen von der norm deswegen habt ihr hier ja auch zwei versionen die er bauen könnt eine schöner als die andere hat der andy wieder einen super job gemacht ja freunde das war's hier von den anleitungen wie er an die kommt später mehr jetzt schauen wir uns einmal an und besprechen die beiden sowie natürlich auch noch die hms illustris ja freunde ich hoffe es hat euch gefallen das video mit den fakten und den bauanleitungen jetzt seid ihr bestimmt verwundert warum hier keine flower class stehen weil ich euch noch einmal vom andy hier die hms illustris zeigen wollte ein wahnsinns mock leider hat kobe ja kaum britische schlachtschiffe beziehungsweise großkampf schiffe wir haben die hut belfast klar was bald aber was flugzeugträger angeht da ist noch luft nach oben und ich denke mal hier die hms illustris wäre wirklich cool wenn kobe sie vielleicht genauso auf den markt bringen könnte einfach mal bei andy melden liebe kobe leute falls ihr das hier seht denn kobe teilt bei facebook auch ganz ganz oft von andreas die mocks die bilder also warum nicht einfach mal anrufen vielleicht mal so eine deutsch polnische nachbarschaftshilfe oder umgekehrt also ein richtig cooler träger ihr seht es hier mit den auslegern wir haben hier die typische flag bewaffnung die andreas super cool umgesetzt hat er hat hier natürlich an mangel weil man bekommt ja nur ein paar dieser mini flugzeuge von kobe hier diese mit dem späten tat genommen so wie hier eine grüne version also wir haben hier sieben flugzeuge wir haben hier sehr schön hier die insel auch hier toll die fahne der royal navy und den stand hier den wir so kennen weil er halt ja so typisch von kobe schiffe ist und daran hat sich andreas hier orientiert ich versuche das schiff ist immer so ein bisschen zu drehen dass ihr so ein bisschen und man eindruck bekommt und ich werde euch auch gleich noch mal die kamera halten ich muss es mal kurz aus dem bild ziehen damit wir hier eine ganze drehung bekommen aber da könnt ihr auch schon mal das deck angucken richtig cool gemacht das flugdeck mit den markierungen und auch hier dem katapult und jetzt haben wir es hier von der anderen seite mit den rettungsbooten und den eigentlich vorhandenen typen schiff wenn es eins geben würde von kobe hier rettungsboote da flag radar und so weiter und so fort so wie hier die insel noch mal mit den rettungsbooten rettungs inseln wir haben auch hier unten angedeutet schön hier die anderen decks die zwischen decks ich klappe mal kurz hier die ausleger hoch die antennen und dann schauen wir mal dass ich euch das schiff von vorne und von der seite zeige wieder drehe ich einmal kurz so aus dem bild habt ihr noch mal so die sicht und jetzt werde ich es mal vorsichtig nehmen und euch von unten zeigen ich habe es mal kurz ab so zack dann seht ihr nämlich wie andreas das von unten gelöst hat nämlich indem er hier unten die noppen habt da sehen wir sogar ein stein der abgang dass dieser offene brick von kobe den wir dann auf den stand packen hier hinten die ruderanlage die ist noch mal ganz wichtig diesen bisserl fragil aber trotzdem schön gelöst schaut euch an hier mit diesen ganzen runden slopes von hinten das unterdeck schön gemacht und dann hier die drei schrauben ich halte es mal so dass wir ein bisschen die form hier haben und vorne dann hier book front anker richtig cool ich stelle es mal kurz ab und dann schauen wir uns trotzdem noch mal den stand up also wir haben sie gerade auf kiel gelegt schauen uns den stand ab wir schauen uns den stand an das meine stand abkommt dies das was ich ja mache wenn die kobe reviews machen nicht freunde spaß also ein tolles mock toller stand mir gefällt es so ich packe mal kurz jetzt hier die last wieder drauf der stand ist verkehrt herum so und dann werde ich gleich einen kleinen cut machen um euch die anderen beiden hauptdarsteller zu zeigen ein augenblick sie geht in den hintergrund lasst euch nicht von der yamato blenden ich wollte bloß einen hintergrund haben der passt also kubi karton mit world war two und maritim hier haben wir unseren gedeckten flower class ich wollte gerade zerstörer sagen aber ich meine eher hier haben wir die gedeckte flower class corvette und hier haben wir die mit der offenen brücke ich muss sagen teileranzahl habt ihr vorhin auf der info karten gesehen diesmal ist es ein bisschen schwierig an steinen welche man benötigt weil halt andreas hier beim letzten mal wer euch erinnert ich lege euch da gerne noch mal das video hier oben auf dem i mit meiner kobi playlist ans herz zu sms nassau da konnte ich euch noch sagen welche schiffe er geschlachtet hat um hier diese mocks zu bauen das ist bei diesen schiffen schwierig was ich euch sagen kann ist dass die flower class so um die 340 steine haben schauen wir uns mal die mit dem offenen verdeck an wir sehen jetzt schön diesen bulligen rumpf dieser ex walfänger beziehungsweise als walfänger gedachten schiffe schön aus hier der schornstein mit den gummi reifen angedacht vorne die massive front auch sehr bullig wir sehen die flak wir haben da oben das feuer das cremennest würde ich gerade sagen hier auch wir haben hier diese achs aufnahmen quasi als gitterung wir haben die lüftung hörner wir haben die bei boote hinten sogar hier schön schräg angelehnt ein rettungsboot und hinten dann auch wieder und das hat er richtig gut umgesetzt mit diesen hier verstrebungen und dieser slope verstrebungen quasi dort werden ja die mine beziehungsweise die wasserbomben ausgeworfen richtig cool also hammer schön gelöst hier mit diesen einmal eins an und den sie klemmt also die gefällt mir von oben schönes kleines schiff und hier der stand vereinfacht aber auch wieder ähnliche bautechnik sehr massiv gebaut da haben wir die noppen da haben wir die negativ steine und rein in den stand und hier die schraube und das ruder das war jetzt unsere flower class offen kommen wir zur flower class gedeckt und wir sehen schon hier der rumpf ist etwas gerade gezogen nicht ganz so bullig dafür sieht die bewaffnung genauso aus vorne die antenne wir haben hier unseren mast wir haben das geschlossene deck wir haben hier sogar drucke die der andy verbaut hat also rettungsboote spielte schlauchboote hinten aber ähnlich gelöst dann auch hier wasserwerfer beziehungsweise nicht wasserwerfer minenwerfer was wasser minenwerfer und halt wasserbombenwerfer was ein kleiner wer muss gruppen ist das hat mir an die gesagt weil andy baut ja seine schiffe aus all seinen beständen also er hat habe ich euch ja beim letzten mercedes und eben gerade auch schon drei vier fünf sechs großkampfschiffe alle geschlachtet und daraus baute seine schiffe wir sehen hier dass hier diese lüftungshörner hat er hier anders gebaut nämlich mit stäben und sieglems weil er einfach nicht genug hatte der andy ist ja so krass da das ruder und die schraube ähnlich und der stand auch gleich der andy ist ja so krass dass er wenn er schiffe baut er baut sie er mockt sie er lässt sie eine zeit lang stehen und dann macht er sie kaputt und baut neu daraus das ist ziemlich ziemlich krass ja freunde das waren die beiden hübschen blumen auf die ich mich besonders gefreut habe in dem maßstab einfach hammer das fehlt mir so kleine schiffe ohne die es im atlantik für die alliierten wirklich anders ausgesehen hätte deswegen bin ich richtig richtig glücklich dass andy diese ich sag mal für mich und für euch ihr könnt ihr bauten nachbauen mit der bilder anleitung gemockt hat bilder ist auch das stichwort ihr bekommt jetzt gleich detailbilder noch einmal da könnt ihr noch mal all das sehen was ich vielleicht gerade vergessen habe und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ach ja und lass mal bitte 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 für die tolle leistung von andy hier ein kommentar danke euch ja freunde wie versprochen bekommt ihr jetzt detail fotos und das werden eine menge sein denn wir fangen zuerst natürlich an mit der hms illustris und dann müssen wir viele fotos hier uns anschauen denn diese arbeit vom andreas fricke ist richtig cool diesen coolen britischen flugzeugträger im maßstab 1 zu 300 aus 100 prozent kubi stein zu bauen etwas schade ist dass er dieses set wieder zerlegt hat aber naja der ansatz ist ja ganz cool weil es sind klemmbausteine und daraus kann man ja immer wieder etwas neues entstehen lassen wie zum beispiel die beiden versionen der flower class corvette die ihr jetzt ja sogar selber nachbauen könnt einmal gedeckt und einmal geschlossen freunde ich zittere immer noch wenn ich daran denke auf dem atlantik mit einem offenen deck so zu fahren kalt da oben im norden das möchte ich nicht da baue ich lieber hier aus kubi stein so ein set beziehungsweise mock in 1 zu 300 vom lieben andreas nach pdf anleitung findet ihr auf meinem discord ihr müsst einfach join link findet ihr unten in der video beschreibung oder ihr seid kanalmitglieder dann könnt ihr die sowieso runterladen auch alle links dazu zu kanalmitgliedschaft unten in der video beschreibung sowie ein link zum lieben andreas bei facebook da seht ihr nämlich was er alles für tolle mocks schon gebaut hat liberty class victory class viele schiffe aus dem ersten weltkrieg richtig klasse was andreas dafür ein output hat und freunde ich werde eine ganze menge von seinen sets beziehungsweise die ich schon alle fotografieren konnte von seinem mocks ich sage immer setzt denn ich würde mir wünschen dass kubi seine mocks als sets umsetzt diese werde ich euch alle noch als shorts zeigen vielleicht so 15 30 sekunden ich habe eine menge bilder gemacht zu von der last ist von der flower class und von den ganzen schiffen die er mir damals zur verfügung gestellt hat vielleicht könnt ihr euch erinnern von der kaiserlichen marine aus dem ersten weltkrieg da lege ich euch gerne meine kubi playlist ans herz findet ihr oben auf dem rechts in der ecke ja freunde das war's hier bei der bilder besprechung schauen wir uns jetzt im abschluss noch einmal in die augen ja freunde da ist dieses bauanleitung mock zeige video leider schon zu ende und bei diesen videos schmerzt es immer ganz besonders denn es heißt abschied nehmen und ich muss die last zum beispiel wieder zurückgeben und diese flower class denn ohne witz männer freuen sich auch über blumen und ich bin ein riesen fan der flower class die hat eine tolle geschichte sie hat etwas mit walfang zu tun ich liebe wale also der wahl ist wie man am körper vielleicht sieht eines meiner lieblingstiere an die ich mich wohl orientiere nicht spaß beiseite wirklich faszinierende geschichte die militärtechnik und das andreas diese sachen zaubert im richtigen maßstab einfach der wahnsinn und es macht mich immer wieder etwas traurig weil ich gebe die sets wieder ab und ich weiß der andreas baust sie auseinander und bald neue daraus ich kann euch sogar versprechen dass wenn dieses großkampfschiff weg ist ein nächstes großkampfschiff von ihnen schon wieder demnächst hier mein hafen läuft und mit guten 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 zur redung gibt es da auch wieder fotos und er kriegt eine bauernhaltung dafür schauen wir mal also freunde bleibt dran ich bin nicht müde euch hier tolle mocker vorzustellen wie zum beispiel auch dem moris hier mit seiner kriegs lokomotive im tarnmuster wenn ihr da draußen tolle große mocks hat schreibt mich an vielleicht kann ich diese ja auch vorstellen vielleicht können wir ja auch irgendwie zusammen unsere köpfe ja zusammenstecken ihr kommt auf meinen discord und dann schauen wir mal wie wir es kriegen dass wir richtige bauanleitungen für kobe sets für normalos da draußen erstellen können nicht nur diese fotos wenn ihr da schon dabei seid irgendwie ein kat programm habt oder wenn ihr irgendwie schon mit sat.io aus dänemark irgendwie arbeitet dateile eingelesen habt irgendwie schreibt mich gerne an es wäre doch schade wenn das so nur auf einem kopf wenn wir nur so kopfmonopole hätten sondern wenn wir das für die ganze community zugänglich machen können egos zurück lieber zusammenarbeiten für die community würde mich echt freuen wenn da einer geld verdienen will und er hat gesagt so ich habe das schon aber hey block sie hier für einen euro kannst du es haben damit der community geben kannst auch kein problem schreibt mich bitte an kontaktdaten findet ihr alles und in der video beschreibung beziehungsweise bei der kanal info denn ich bin nicht müde ich möchte hier solange es kobe nicht hat euch die möglichkeit geben auch solche tolle mocks zu bauen denn was der andi macht ist einfach grandios und ich wette da draußen schlummern genauso talente in die in die und in dir wenn es um das thema kubi mocken geht schreibt mir eure meinung bitte zu den sets unten in die kommentare lasst ein schönes wort dafür den andreas und ratet mal welche der flower class version hier meine liebste ist die offene oder die geschlossene schreibt mir ich würde mich freuen in diesem sinne freunde werdet nicht seh krank auf wieder bauen euer freund der block star